Wir sind heute für euch in Horb auf einer Motorsportveranstaltung, genauer gesagt in Grünmettstetten. Dort hat der MSC eine Veranstaltung. Da sind wir jetzt. Machen wir mal los. Mal gucken, was es zu sehen gibt. Wir sehen uns gleich. Tschau. Oh, 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 oh. Und er ist ja hier. 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 Sehr schön. Vielen Dank nochmal. Ich bin offenbar ein bisschen. Gute Idee. Rallye Ulm. Ost-Alt-Rallye. Natürlich im Dezember. Rallye Pals. Also alles in der Nähe. Wo man diese Fahrzeuge noch in Bewegung sehen kann. Ja. 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 Ja.